Ah, meine wunderschönen Gazellen! Ah, und... Ihr natürlich auch, meine wunderschönen Nachzuhörner... Ah, Freude! Ja, Hallöchen! Einen wunderschönen guten Tag hier zur dritten Folge vom Zoo Simulator. Und, ihr wisst ja Bescheid, in jeder einzelnen Folge werden wir ein weiteres Gehege dazu. Aktuell haben wir... Oh, wir haben Tiere, die Hunger haben. Oh, shit, wir müssen uns mal kurz so beeilen. Äh, kurz mal renn... Zack! Ich durfte nicht vergessen, den Tieren essen zu geben, warte mal. Zack, 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 zack. Oh, ist ja offen. Ah! Ah, shit, 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 shit. Ja, also wie gesagt, ich habe vorgehabt mit euch in jeder Folge, wir müssen nämlich natürlich nach und nach erweitern, neue Gehege zu bauen. Ähm, da müssen wir natürlich mal gucken. Warte mal, erst einmal kriegen wir hier unsere Nashörner-Pellets. Äh, aber ich glaube, die sind gerade nicht alle zu gut drauf. Die haben wahrscheinlich Hunger und Lust, oder zumindestens Hunger. Da kommen sie auch, glaube ich, schon gleich. Nee, noch nicht. Ey, Vorsicht! Ah, naja, sieht man schon. So gut waren sie jetzt nicht zu sprechen auf uns. Ähm, nee, also noch mal zurück. Wir, äh, sind natürlich dabei, unsere Zone nach und nach größer zu machen. Dafür müssen wir natürlich jetzt noch die Gehege ausbessern, äh, denn die Tiere dazu holen. Das ist wie ich, möglichst mit euch in jeder Folge ein neues Gehege. Und, äh, währenddessen müssen wir natürlich immer so ein bisschen darauf achten, dass die Tiere genug zu essen bekommen. Denn heute ist die Aufgabe, gehe zum Dschungelversteckgehege, verkaufe die alten Dekorationen, allotiere ein Tier für das neue Gehege, setze ein neues Tier in das Gehege ein und geben sie ihm einen Namen. Und das machen wir natürlich selbstverständlich auch. Erstmal müssen wir natürlich auch hier in den Gazelle mal kurz Essen geben. Weil, da haben wir jetzt ein bisschen lang gewartet. Aktuell sieht das wie folgt aus. Ich muss mal gucken, wo war das Tablet gewesen? Ach, hier. Äh, wir haben Zoo-Status. Oh, Reputation des Zoos. Ach du Scheiße, warum ist das so schlecht? Warum ist das so kacke? Ich wollte die Netze benutzen, aber was? Aber sie ist ekelhaft. Oh, Scheiße. Okay, das wird schon alles, das wird schon alles. Also erst mal gehen wir zum Dschungelgehege. Der befindet sich, müssen wir mal gucken. Äh, da hinten. So, die haben jetzt ihr Essen bekommen. Hier ist es. Kann ich eigentlich auch hier springen? Keine Ahnung. So, hier ist das Gehege. Versteck im Dschungel. Einige alte Dekorationen, wie Standrampe, Toppflanzen und alte Schaukeln, sind für Tiere nicht geeignet. Wenn sie mit der Maus über ein Objekt fahren, können sie es mit X verkaufen. Okay, das heißt, äh, ah, hier. Na, die sind doch top in Schuss. Gut. Oh, es gibt sogar ein bisschen Geld. Nicht schlecht. Da müssen wir bestimmt alles nochmal neu eindekorieren. Das machen wir aber, wenn wir die Tiere gesetzt haben. Wir müssen gleich mal gucken. Wir haben so eine kleine Enzyklopädie, ähm, die uns ein bisschen aufzeigt, was für ein Gehege ist das. Welches Tier passt da am besten rein? Werden wir mal sehen. Ähm, das kann gut sein, dass vielleicht unsere ersten Raubkatzen hier reinkommen. Das haben wir. Genau. Adoptiere. Ein Tier, das können wir nur in unserem Büro machen. So, gucken wir, wie viel Geld ich habe. Ein paar Kunden kamen jetzt in letzter Zeit, haben ein bisschen Geld da gelassen. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Dafür können wir nämlich nur hier raufgehen und müssen jetzt, glaube ich, hier Tieradoption. Achso, erst mal ganz kurz. Gehen wir mal kurz hier rauf und gehen wir auf Enzyklopädie. Und dann müssen wir mal gucken. Zoostatus. Dschungel. Weitere Angaben. Dschungel. Keine Tiere im Auslauf, das ist klar. Peter, der Dschungelversteck hat eine schreckliche Dekoration. Ja, du, ich bin doch gerade dabei. Wir konnten hier irgendwo sehen, was das genau beinhaltet, der Dschungel. Steppe. Tiger ist auch Steppe. Okay. Vielleicht könnten wir ja Gorilla holen, warte mal. Obwohl, eigentlich wird uns immer angezeigt, was wir holen können. Ey, irgendwo war das gewesen. Aber egal. Wir gehen erst mal jetzt hier auf Adoption. Wir haben das hier gerade. Sein Strauß. Oh, Elefanten. Oder Nilpferde. Obst, Gemüse. Oh, das ist ja cool. Strauß. Brauchen Sträuße Wasser eigentlich nicht, wa? Wasser ist eher schon so für Elefanten, wa? Das ist doch eigentlich... Können wir auch zwei Tiere auf einmal irgendwo reinpacken? Oh, ich hab gar nicht so viel Geld. Wie kostet so ein Strauß? Oh, Strauß ist günstiger. Äh. Scheiße, wir müssen mal echt mal gucken. So, Elefant, Elefant, Elefant. Elefant. Bedürfnisse. Wüße, okay. Nilpferd, Steppe. und Strauß auch Steppe. Wah. Ne, dann nehmen wir Sträuße. Für Elefant ist es nicht steppig genug. Sag, ich würde einfach mal sagen... Packen wir einfach hier hin. Jo. Können wir gleich noch Mero holen? Adoptieren. Achso, können wir die... Ne, wir müssen ja erstmal den einen rauslassen. Das war ja hier so gewesen. Dann machen wir den mit Sträuße voll, weil eh, Nilpferde brauchen mehr Wasser. Die chillen ja da richtig. So, ja, was gehen wir in den Strauß für einen Namen? Inge. Prüfen Sie die Meinungen. Können wir auch gleich machen, aber ich würde erstmal nochmal hier ein paar adoptieren. Dekorationausstände ist immer am besten. Einmal hier rein. Schöner natürlich, wenn wir mehrere gleichzeitig holen könnten, aber gut. Was soll's. Inge. Wieder mal sehr einfallsreich. Dinge. Okay. Haben wir. Futter für die müssten wir eigentlich auch noch haben. Können wir erstmal in Dekoration. Dekoration jetzt so da ausbreiten. Die brauchen ja ein bisschen Deko. Ringe. Ich weiß. Das ist so doof. Ähm. So. Dekoration. Die wollen einmal eine Hecke. Dekoration. Das kriegen sie. Das kriegen sie. Dann mal rüber nochmal drehen. Was so. Ein Kratzbaum. Braucht denn die einen Kratzbaum? Oh, wir geben denen einfach einen Kratzbaum. So. Kegel. Oh, Kegel ist ja süß. Oh, eine Dusche. Kriegt er auch noch. Oh, Dusche. Dusche ist teuer. Äh. Spielzeug. Kriegaccessoire. Boah. Du. Hier. So. Dann geben wir euch noch ein bisschen Futter. Davon haben wir ja auch noch jede Menge. Ne? So. Da können wir schon mal so ein bisschen davor arbeiten, dass wir schon mal eine gute Bewertung bekommen. Und Wasser kriegt ihr natürlich auch. Also Elefant wäre noch eine Möglichkeit gewesen, die unterzubringen. Aber wir haben jetzt einfach erstmal die Sträuße hier. Gut, dann gucken wir uns mal die Meinung an, wie die Bewertung ist. Der Zoo muss ein bisschen schöner wirken. Der Marriere 1 zu den Bewertungen. Ein halber Stern. Obwohl es gar nicht mal so schlecht ist, aber was ist denn hier los? Durch die Verwendung der Schnellreise auf den verfügbaren Karten, reist das Gelände vor einem Eingang. Wählen Sie die Baustelle und kaufen Sie einen Hotdog-Stand. Einen Hotdog-Stand. Geil. Das heißt, ich kann mein Tablet jetzt hinnehmen. Und einmal hier. Und eine Schnellreise. Was ist denn hier los? Wasser in der Schüssel. Oh, gehen wir Ihnen nachher. Das ist hier der Eingang, wa? Genau. Uh, geil. Ein Hotdog-Stand. Nein, 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 das wollte ich gar nicht, achso, das wollte ich gar nicht kaufen. Hier waren, glaube ich, die Hotdog-Stände, wa? Bau. Ah. Okay, kann ich mir nicht leisten. Gut, dann müssen die Leute jetzt mal ein bisschen Geld verdienen. Das machen wir gleich mal. Mal. Warum ist der so sauer? Hey. Wir müssen nun mal ganz kurz zu den Gazellen, weil die haben kein Wasser mehr. Ist ja sowieso bei den anderen beiden mal wieder auffüllen. Schau mal, jetzt mit den Nashörnern. Hunger, Durst, Schlaf. Nein, schlaf doch. Oder habt ihr keinen Schlafplatz? Oh, da freuen die sich. Schlaf. Oh, was ist denn mit Schlaf gemeint? Hast du keinen Schlafplatz? Oh, hier sieht es aber auch nicht gut aus. Oh, die müssen aber alle irgendwie mal schlafen. Und dann noch einmal Wasser. Gut, Schlaf. Na, warte mal, vielleicht brauchen die ja. Das ist natürlich doof, aber wir wollen uns ja um die gut kümmern. Äh, Bett und Unterkünfte. Mal, können wir den hier... So. Letztes Hemd für euch ausgegeben. Na, supi. Okay. Ne Bank haben wir ja nicht. Wir können uns aber trotzdem mal die Bewertung hier angucken. Oder besser wird die aber auch nicht. Ausgaben insgesamt. Wir haben schon fast 56.000 verkauft. Hui. Okay. Wir verkaufen einfach ein paar Sachen. Also, ich hoffe, es geht. Ihr kriegt nachher versprochen wirklich was. So. Ach Gott, die haben Tiere. Jetzt verkaufen wir hier alles. Haben wir jetzt genug Geld? Ja. Geil. Das ist gemein. Aber die versprochen, die kriegen doch was. Aber ich will mit euch wenigstens noch den Hotdog-Stand hier machen. Weil es ja für uns eine gute Einnahmequelle. Und dann haben wir auch das restliche fertig. Den können wir nämlich mal hier hin basteln. So. Geil. Oh, Hotdog-Verkäufer. Okay, Tablet. Coffee Cup. Nug Geld für den Verkäufer. Okay, Gärtner. Hotdog-Verkäufer. Oh. Da ist er. Guck mal, hier können wir auch noch Kaffee kaufen. Was können wir eigentlich? Erstmal einen Souvenirladen. Oh, ein Essensspot. Haben wir so viel Geld? Nö, haben wir nicht. Ah, schön. Kaufen Sie einen Futterautomaten in einem Geschäft. Holen Sie Futterspender aus dem Lagerhaus. Stellen Sie Ihre Spender auf den beliebigen Trog. Kaufen Sie Futter und füllen Sie einen Futterspender. Freunde, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, hier kommt ein bisschen Geld rein. Wir sehen und hören uns einfach bei der nächsten Folge. Ich kann einfach mal für euch gemeinsam gucken. Also, wir haben jetzt aktuell, ähm, glaube 1.429. Wir können ja mal so ein bisschen gucken, wenn wir uns einfach so ein bisschen fortlaufen lassen in der nächsten Folge. Wie viel Geld machen wir ja eigentlich so ein bisschen passiv, ohne viel zu machen. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssi Koski.